Für euch ist jetzt Samstag, der 28. Mai. Um 10 Uhr ein Checkout aus dem wunderschönen Hotel. Dann um 11 Uhr Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in der Cora Berliner Straße 1. Um 13 Uhr Mittagessen als Lunchpaket zum schnellen Verdrücken. Restaurant Butterstulle in Berlin-Mitte. Und um 14.28 Uhr Abreise mit der Deutschen Bahn AG Berlin Hauptbahnhof. Wieder mal mit dem ICE. Ja, ich hoffe, euch gefallen dann auch die zusätzlichen Videos, die kommen, die ich euch bringen kann. Und ja, man haut rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.